100 Sekunden Media mit Media Plus. Unser Thema heute? Zufriedene Kunden sind nicht automatisch loyale Kunden. Was ist zu tun? Seit vielen Jahren messen unsere Kollegen von der Fazit den Loyalitätsindex von Unternehmen. Ein Learning dabei ist, dass eine hohe Kundenzufriedenheit auf Dauer nicht ausreicht, um eine starke Loyalität für eine Marke zu erzeugen. Am Emotionale Faktoren wie Vertrauen und Loyalität entscheiden zu mehr als 70 Prozent über den Erfolg einer Marke. Ja, super. Bisher setzt die Mediaplanung sehr stark auf harte Faktoren wie TKP, GRP, Nettoreichweite und so weiter. Außer Acht bleibt dabei oft, dass eine erfolgreiche Kampagne auch den perfekten Fit zwischen Marke, Kreation, Käufer und Umfeld haben sollte. Und zwar gemessen an den Werten. Ja, das ist gut. Unser Ziel ist es daher, die Mediaplanung um eine wertebasierte Komponente zu ergänzen, um mehr Relevanz, Impact und letztlich Umsatz zu generieren. Unser Tool dafür heißt Valuesville. Großartig. Dieses Tool unterstützt uns dabei, die Werte einer Marke zu identifizieren und sie mit den Werten der Zielgruppe, der Kreation und des Umfeldes abzustimmen. Es entsteht so eine ganzheitliche Betrachtung, die über eine reine Reichweitenargumentation hinausgeht. Denn unser Ziel ist nicht nur hohe Kundenzufriedenheit für Marken. Wir wollen Marken langfristig noch erfolgreicher machen. Was Valuesphere für Ihre Marke leisten kann? Schreiben Sie uns. Mediaplus – die Innovationsagentur für markenindividuelle Media.